Guten Morgen hier ist wieder Frank ein Hesse on Tour. Heute ist der 7.7.2021 und wir starten unsere heutige Wanderung nach Malga Salenzada und schauen uns im Anschluss in dem Städtchen Kavalese ein wenig genauer um. Hier kommen wir zu einem alten venezianischen Sägewerk in Kavalese, das wir jetzt besichtigen werden. Das Sägewerk ist noch voll funktionstüchtig und es wurde uns auch vorgeführt, wie anhand des Wassers, der Wasserkraft und des Mühlrads die Säge funktioniert. Weiter geht unsere Wanderung nach Malga Salenzada und die Sägewerkraft und die Sägewerkraft nun zu den Wasserfilmen. Musik 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 Hier sind wir jetzt bei der Kaskade die Kavalese angekommen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kritschiorgia Ein toll bemaltes Haus, Restaurants und Geschäfte. Der Marktplatz. Der Marktplatz. Das war der vierte Tag der verzaubernden Bergwelten. Heute aus Valga, Salanzada und dem Ort Kalverlese. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr mir ein Like gebt. Und wer mich noch nicht abonniert hat, darf das gerne tun, damit ihr meine neuesten Beiträge nicht verpasst. Danke.